Zurückspulen? Es gibt mehrere Endings? Diese Lache von dem Opa Okay, es gibt mehrere Endings, Leute Ich muss jetzt dafür sorgen Ja, Opa Gut jetzt Wie seine Wamper einfach wackelt, wenn er sich bewegt, dieser Typ mit der Pistole Äh, mit dem Gewehr Nee, ich möchte jetzt nicht mit dir spielen Ende des Tages Nee, nicht jetzt Was Spielen Warum willst du nicht mehr mehr spielen? Was soll das? Okay, ich komme da nicht dran Das ist so ein klassisches Kinderding, ne? Erstmal alles umwerfen Spielen Ich habe das Gefühl, dass Am Ende Jemand doch mit ihm spielen wird Ja, ein Moment Ohne Momento Okay, da kann ich noch nicht hin Geh mal zu Opa Nein Ah, okay, 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 okay Komm ich nicht mal an meinen Ball Ey Nein Ohne Momento Ohne Momento Okay Okay, 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 okay Mit dem Schlüssel von dem Opa komme ich dann hierhin? Spielen Okay Nee, lieber nicht, ne? Yeah Okay Ja Ja Ah Ja 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 Hallo? Okay. Ich muss den Tag benden. Oder? Gibt keine... Ooooooh. Ah. Ha 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 ha. Ah. Nee, jetzt hab ich den Ball doch gar nicht mehr. Kind, denk doch einmal nach. Kind. Hey! Da sind die beiden. Okay. Ja, so, da kommst du nicht ran. Weil du deinen Ball nicht geholt hast. Kann ich jetzt den Ball noch holen? So, hier krieg ich auf jeden Fall schon meine Tür auf. Dann krieg ich meinen Ball holen. So langsam check ich das Spiel. Okay. Sehr gut. Oh. Okay. Wo ist jetzt mein Ball hin? Der ist egal, oder was? So, geh mal zurück zu seiner Hütte. Oder was, was, was mache ich damit? Ne. Ich will es nicht. Ah. Ah, 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 ah. Kann ich hier spielen? Okay. Frage ist jetzt, was mache ich mit... Was mache ich mit dem Drachen? Willst du spielen? Ne, ne? Ne, auch nicht, ne? Du willst den ganzen Tag mit deinem Gewehr schießen, ne? Ja. Ey, Golero! Willkommen zurück! So, willst du spielen? Golero, wie geht's dir? Alles gut bei dir? So, wie komme ich... Wie komme ich da hin? Hm. Oh, ja. Oh, ja. Oh ja, ja, ich fühle es. Okay. Okay. Oh ja, ich weiß. Okay, nichts im Kühlschrank. Oh, echt jetzt. Ich hoffe ja, dass das alles nur ein Traum ist. Ja, wie oft mussten wir das durchleben, ey. Das ist ein bisschen so wie Steins Gate, ne? Mach mich fertig, ey. Mach mich nicht fertig. So, das hatten wir schon alles. Treppen komm ich nicht hoch, aber ich hab mit dem Jungen unten die Tür aufgemacht. Wir fahren da jetzt mal hin, obwohl da waren wir ja auch schon, ne? Ja, das war ja... Mussten wir jetzt nur die Tür aufmachen, um die Frau zu spielen. Das haben wir ja schon alles gesehen. Mehr könnte ich jetzt nicht machen, oder? Was will das Spiel von mir? Was willst du? Muss ich mir jetzt nochmal alles angucken? Ah! Oh! Oh! Wait, wie komm ich da? Ne, hier! Ah ja! Oh! Ja, die Fruchtblase ist geplatzt! Und dann? Äh, what? Was ist hier passiert? Falls ihr das wisst oder Interpretieren könnt, schreibt es gerne in die Kommentare Ich habe keine Ahnung Habe ich jetzt nicht verstanden Okay Jetzt muss ich den Weg erstmal zurückfinden Vielleicht eine Fehlgeburt Kann natürlich sein, ne? Sie retten Ja, ich rette sie jetzt Boah, es wird zu hell